Hier Nico, nimm noch etwas geweihte Hostien auf deinem Babybraten. Danke. Und wie fandest du das Jungfrauenopfer heute Morgen? Ich will jetzt nicht den Spaß verderben, aber das war keine Jungfrau. Interessant. Du bist schon der Fünfte, der mir das sagt. Ketzer Podcast. Hallo. Hallo. Hier ist Bischof Heinz-Josef Algermissen. Hallo, Herr Algermissen. Wie können wir Ihnen helfen? Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Ja, dann schießen Sie doch mal los. Der Mensch ohne Ostern wird darum zu einem großen Sicherheitsrisiko für die Mitwelt. Denn seine Hektik und Daseinsangst lassen ihn blindwürdig zuschlagen und zerstören. Er geht buchstäblich über Leichen, ehe er selbst zur Leiche wird. Wirklich? Ich will hinzufügen. Ohne Glauben an die Osterbotschaft müssen wir im Hauch der Mächte des Todes ersticken. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Sicherheitsrisiko für die Mitwelt, dem Nischenprogramm für Hektik und Daseinsangst. Mein Name ist Matthias Krause und ich bin verbunden mit meinen Mitkätzern Christian in Schwarzwald. Hallo, Christian. Hallo. Und Nico in Hagen. Hallo, Nico. Hallo. Ich hatte noch ein bisschen Baby im Mund. Zwischen den Zähnen, ja, ja. Ein bisschen Babyfaser. Na gut, kaum. Christian und Nico, was habt ihr uns mitgebracht an Themen? Ja, einiges. Also wir haben zum einen eine Filmbesprechung, Superman vs. Batman, Untertitel Epikur in Spandex. Wir reden über den AfD und sein Verhältnis zum Islam, Religionskritik oder Rassismus. Und natürlich haben wir noch unsere Science-Kolumne. Why do you believe in God? Wir fragen, macht das Denken einen zum Atheisten und verliert man darüber die ganze Empathie? Eine rhetorische Frage, wie ich vermute. Also macht da ein Denken zum Atheisten mit der Empathie natürlich nicht. Egal, da kommen wir dann zu. Dann werden wir noch über Gödel's Gottesbeweis diskutieren und vielleicht auch die letzte Folge vom Ketzer-Podcast dann haben, wenn wir alle überzeugt sind. Wir werden herausfinden, ob Jesus genauso historisch ist wie Sokrates. Und natürlich haben wir einen schlauen Spruch und eine Ketzerbeichte. Okay, ich glaube, das waren ja auch schon alle Themen. Deswegen, Nico, haben wir was vergessen? Soweit ich das hier sehen kann, nicht. Gut. Also, ich habe es nicht so stark verfolgt, aber Bischof Allgermessen wurde der Volksverhetzung bezichtigt. Auch von keinem Geringeren als Frieder Otto Wolf vom Humanistischen Verband. Christian oder Nico, könnt ihr da unseren Hörer, die uns auch in ferner Zukunft noch hören, weil wir von bleibendem Wert sind, kurz den Sachverhalt erläutern? Ja, also es ist so, dass Christen jedes Jahr Ostern feiern. Das passiert an einem extra gewählten Termin, wo sie nach langer Zeit herausgefunden haben, dass dann am anderen Termin liegt als das Passafest. Und da ist das höchste, das ist der höchste Feiertag der Christenheit. Und das wird aber nicht wahrgenommen, weil die meisten Christen denken, Weihnachten wäre viel wichtiger. Und da hat der Bischof Allgermessen eine Predigt gehalten, das macht er auch jedes Jahr in Fulda im Dom. Und die Osthessen News hat darüber begeistert berichtet, am Tag darauf. Und was er dort gesagt hat, ist, also die Osthessen News hat sogar ein verlängertes Zitat. Also wir hatten alles das gesagt, was wir eben hier im Anruf hatten. Und zusätzlich hat er nach Meinung der Osthessen News auch gesagt, er gehe buchstäblich über Leichen, er selbst zur Leiche wird. Dies erlebe man gerade in diesen Wochen und Monaten. Und da haben alle einen Bezug auf das Attentat in Brüssel und den Attentat in Paris gesehen. Denn das war ja quasi kurz davor, das Attentat in Brüssel am Flughafen und an der U-Bahn-Station. Und diese Suche haben ja noch alle über Ostern auch mitgenommen. Und das haben alle gedacht, okay, jetzt hat er die Islamisten zu Osterhassern, das hier ihre Anschläge aus Osterhass gemacht hat. Der HVD, der Humanistische Verein Deutschlands, hat eine Reaktion dazu gehabt. Und zwar hat er das als eine katholische Hasspredigt bezeichnet, die nicht nur jeglicher empirischer Grundlage entbehrt und die den großen Teil der Bevölkerung ohne christliches Bekenntnis, sowohl im Gebiet der Diözese, wie in ganz Deutschland diffamiert. Mit seiner Rede hat Herr Ergermessen Einblicke in ein erschreckend undifferenziertes und wirklichkeitsfremdes Bild von Lebewesen, von Lebensweisen und Wertorientierungen der großen Zahl nicht regeligöser wie andersgläubiger Menschen unserem Land geboten. Die aus diesem erneut zutage getretenen Bild abgeleiteten Auffassungen sind in keiner Weise dazu geeignet, Beiträge zum gesellschaftlichen Frieden zu leisten, hat Frieda Otto-Wolf, Präsident des HVD. Okay, na ein Tag nachdem dieser Artikel in Osterhass-News erschien, das so zwei Tage nach der Predigt, verlautbart. Und das ging dann weiter auf der HVD, hat mehrfach darüber berichtet und kommentiert. Und insbesondere, das ist das Originelle, das war der Karl-Heinz Büchner, der im HVD geschrieben hat, hat herausgefunden, dass diese Osterpredigt nicht gerade originär war, weil er hat das wohl schon 2007, also vor neun Jahren, auch in der Osterpredigt von sich gegeben. Und zwar hat er dort gesagt, der Mensch ohne Osterglauben lebe wie die Maus vor der Falle unter der gnadenlosen Devise, was du bis zu deinem Tode nicht erreicht hast, das hast du verloren, was du bis zur Stunde deines Sterbens nicht erjagt hast, das holst du nie mehr ein. Was du hier nicht zu Ende bringst, das verendet. Der Mensch ohne Osterglauben werde zu einem großen Sicherheitsrisiko für die anderen, denn seine hektische Torschlusspanik und Dasein Angst ließ er buchstäblich über Leichen gehen. Gut, damals gab es wohl nicht so einen großen Aufschraub wie heute. Das war halt Copy-Paste und Pech mit den Sachen, die dann außenrum passiert ist. Wenn ich hier mal kurz eine Ergänzung bringen darf, 2007, ich glaube, das war diese Phase, wo diese Atheistenbücher rauskamen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann sie in Deutschland populär wurden, aber es gab mal so eine Phase, da hat ja auch der Spiegel so einen Artikel über neuen Atheismus und so weiter mit Michael Schmidt-Salon als Chef-Atheist und Richard Dawkins. Und da gab es auch mal solche Predigten, wo dann gesagt hat, Dawkins oder Michael Schmidt, hier Müller hatte doch den Eindruck erweckt, als würde Michael Schmidt-Salon irgendwie das Töten von Kindern gut heißen oder so. Und ich glaube, das könnte diese Zeitphase gewesen sein, wo der Atheismus sich etwas mehr Gehör verschafft hat mit guten Argumenten und wo einige Bischöfe dann eben solche Seitenhiebe auf Atheisten gebracht haben, könnte ich mir vorstellen. Man fragt sich natürlich, wieso haben die damals schon von einem Sicherheitsrisiko gesprochen? Also was soll das? Es ist wirklich abstrus. Und das ist so abstrus, sodass das sogar in der Zeit, hört, hört, ein Kommentar war, das war am 10.04.2016 unter Überschrift, gefährlich sind immer nur die anderen. Für Bischof Algermessen ist der Ungläubige ein Wolf, für die Atheisten ist der Religiöse die finste Bedrohung, die es zu bändigen gilt. Also das muss schon wieder relativiert werden, dass wir Atheisten auch böse sind. Für Bischof Algermessen, also offensichtlich ist es jetzt soweit, dass man auch in der Zeit kritisch über Bischöfe schreiben kann. Also gefährlich sind immer nur die anderen. Jetzt müssen wir natürlich in der Zeit wieder als die Bösen dastehen, weil es kann ja nicht nur sein, dass wir das nicht verdient haben. Diese Täter-Opfer-Umkehr spielt tatsächlich auch eine Rolle. Der hat sich gewehrt, der Bischof Algermessen im 6.04. hat er geschrieben, er wollte niemanden diffamieren und man sollte den Textzusammenhang der Predigt beachten. Gut. Also ich habe mir die Predigt komplett durchgelesen und da war nichts aus dem Zusammenhang gerissen. Jetzt kommt ja noch dazu, was du gerade gesagt hast, dass er die gleiche Logik auch vor ein paar Jahren schon mal verwurstet hat. Und das ist ja auch eine Logik, die bekannt ist. Also was er sagt, ist ja jetzt weder besonders originell noch besonders neu. Es ist nur bedauerlich, dass man sowas immer noch in der Predigt sagen kann und keiner mal Einspruch erhebt und die Presse, wie du sagtest, das begeistert darüber, also unkritisch darüber berichtet. Und die Zeit ist ja eigentlich auch sehr fromm. Es gibt ja so eine Webseite, Die Fromme Zeit heißt die, glaube ich, müsste man mal noch googeln. Da, das ist auch so eine Atheistenvereinigung da im Süden, die analysieren jede Woche, also die Zeit ist ja eine Wochenzeitschrift, die Beiträge aus der Zeit und renken die, wie pro-christlich oder kirchenkritisch die sind. Und da wird dann eben deutlich, dass der ganz überwiegende Teil der Beiträge in der Zeit sehr kirchenfreundlich ist. Die wollen sich hier wahrscheinlich nur, sagen wir mal, politisch korrekt gegen so potenziell oder tatsächlich volksverhetzende Aussagen oder Predigten stellen, aber dann auch wieder nicht so, ohne das umgekehrt für die Atheisten auch nochmal gelten zu lassen. Also so eine Art, kommt mir so ein bisschen vor wie so eine Pseudo-Intellektualität, wo man immer bewusst beide Seiten, sagen wir mal, beiden Seiten Raum gibt oder so tut, als seien die gleichberechtigt. Und richtige Intellektualität stellt sich meines Erachtens, zeigt sich darin, dass man auch mal klar sagt, dass zwei Seiten nicht gleichberechtigt sind, sagen wir jetzt beispielsweise. Ja, dann der Neutralitätsfehlschluss. Ja. Aber er hat ja auch die Muslime dann in den Topf geworfen, das heißt, und das ist ja etwas, der zentraler Teil der Muslime müsste jetzt eigentlich auch auf die Barrikaden gesehen, Moment mal, wir glauben ja auch nicht an Ostern, sind wir jetzt ein Sicherheitsrisiko wie Muslim? Das ist sozusagen antisemitische Äußerung, ne? Und antisemitisch auch noch, das ist ja auch noch, dass quasi die Juden auch noch zum Sicherheitsrisiko erklärt. Und dann noch die Atheisten, die einfach nur da standen, äh, wieso wir? Und die Buddhisten und ja, einfach mal alle. Das ist einfach klasse. Eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, ein großer Teil der Christen glaubt auch nicht an den Ostern in dem Sinne, dass Jesus tatsächlich aufgestanden ist. Also es hatte sich da hier noch ein Bischof der Nordkirche, glaube ich, hatte ein, oder hat entweder eine Predigt gehalten oder einen Artikel geschrieben, jedenfalls stand da irgendwas drin, was also im, äh, wohl glaube ich sogar überraschend klar sagte, dass Jesus nicht leiblich auferstanden sei. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was genau die Wortwahl war. Aber es gibt ja Sachen, die darfst du eigentlich auch als evangelischer Bischof nicht sagen. Also Gerd Lüdemann, der evangelische Theologe oder Neu-Testamentler, hat ja vor 20 Jahren oder so sein, äh, Lehrbefugnis da quasi verloren, weil er gesagt hatte, das Grab war leer. Und sowas darfst du eben auch als evangelischer Bischof... Moment, Moment, Moment. Er hat gesagt, das Grab war voll. Ja, ja, Entschuldigung. Vielen Dank, dass du, äh, das rausgefunden hast. Also der hat gesagt, das Grab war voll und impliziert damit, dass Jesus zwar, also gekreuzigt war, aber nicht wieder leiblich auferstanden ist. Und das ist ja natürlich der Kern der kritischen Lehre und der Kern auch gerade hier des Osterthemas, des Osterglaubens. Und wenn jetzt Allgermischen meint, ohne Osterglauben sei man eine Gefahr für die Allgemeinheit, dann müsste man in der Praxis wohl das auch auf mindestens die Hälfte der Kirchenmitglieder beziehen, die auch nicht diese Ostervorstellung mehr teilen. Ja, ich finde auch die Begründung lustig. Die habe ich nämlich von Fundamentalisten öfter gehört. Das ist so ein Catch-21. 22. Catch-22. Okay, Catch-22. Nämlich, ähm, die Entdeckung, dass das Grab leer ist, haben Frauen gemacht. Frauen galten damals als unzuverlässig. Da Frauen als unzuverlässig gelten hätten, wenn die sich das ausgedacht hätten, niemals Frauen verwendet als Zeuginnen. Daher muss das wahr sein. Deswegen war das Grab leer und deswegen ist Jesus wieder auferstanden. Also, ich muss schon sagen, das ist schon sehr überzeugend. Aber da musst du auch zugeben, dass das Allgemein in der Predigt selbst sagt, dass das leere Grab kein Argument ist. Denn das letztendliche Argument war, ist, dass er dann den Jüngern erschienen ist. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Erst labert er relativ ausführlich über die Neutestamentler, die jetzt mit diesen drei dämlichen Argumenten, von denen du eins gesagt hast mit den Frauen, das andere sind, die Gegner der Urkirche hätten nicht beschritten, dass das Grab leer war. Was also schon absurd ist, weil man gar nicht weiß, ob die Urkirche da wirklich zu der Zeit schon so gab, bei diesem Glauben. Und dass die Christen wahrscheinlich auch diese Bestreitung nicht kopiert und weitergegeben hätten der Nachwelt. Die hatten ja die Hand darüber, was weitergetragen wurde und kopiert und was nicht. Und als drittes Maria von Magdala war der Urkirche sicher bekannt. Aussagen über sie konnten somit überprüft werden. Also er beruft sich ja auf Geschichten, die erkennbar gerade so konstruiert sind, dass die Leute dann glauben sollen, dass Jesus auferstanden ist. Er hat aber nicht mehr als eine Geschichte. Und dann sagt er selber, dass das eigentlich gar kein Argument ist, sondern dass die Auferstehung dadurch bewiesen wurde, dass Jesus den Leuten erschienen ist. Dafür bringt er jetzt aber wieder überhaupt keine Ahnung. Also da sieht er gar nicht mehr die Notwendigkeit, das zu verargumentieren. Also das ist auf vielen Ebenen dumm, was er sagt. Also das muset erst darauf an, dass das auf ganz, ganz vielen Ebenen dumm ist. Also die Prämisse ist dumm, die Art der Schlussfolgerung ist dumm. Und wenn das trotzdem stimmen würde, würde was anderes rauskommen, als er schlussfolgern möchte. Also mit anderen Worten, das ist alles fraktal falsch. Aber ich glaube, ich bin in der Lage, das zusammenzufassen, diese falsche Schlussfolgerung. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass wir jetzt alle Christen werden, oder? Ja, das Argument ist, das ist alles so schwachsinnig, das kann nur wahr sein. Ich habe noch einen anderen Eingriffspunkt bei dieser ganzen Argumentation. Und zwar, ich komme jetzt mal durch die Haustür. Und zwar, das Kernargument ist ja, dass jemand, der nicht daran glaubt, dass er ewig lebt, dass der zur Gefahr von anderen wird, weil er quasi ganz hektisch wird und da seine Angst hat und ganz komische Sachen macht. Also quasi einer, der mit der... E-Technik, Selektion, Wissenschaft. Einer, der mit der... Ich denke mal, die Vorstellung ist so, dass jeder hängt, läuft mit einer Bombe um den Bauch durch die Gegend und sieht, wie die Uhr abtickt und versucht dann gerade noch hektisch irgendwas zu erreichen. Aber das ist eigentlich nicht ganz richtig, denn es gibt... Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, The Surrogates, wo jeder zu Hause in seinem Zimmer sitzt und er dann einen ferngesteuerten, gut aussehenden Roboter durch die Gegend laufen lässt. Und wenn der kaputt geht und er sieht alles, spürt alles, was er macht, aber wenn der kaputt geht, kauft er sich einen Neuen. Und so sehe ich die Christen. Die Christen, die... Oder vielleicht noch besser sind dann die Buddhisten, die sagen, okay, ich werde ja wiedergeboren. Aber wenn ich jetzt weiß, dass das alles, was hier stattfindet, eigentlich nur ein Zwischenspiel ist, dann kann ich auch was riskieren. Und das machen die auch in dem Film. The Surrogates ist egal, wenn ein Unfall passiert oder wenn irgendjemand erschossen wird oder so, dann bezahlt die Versicherung dann ein neues Ich. Und insofern sind die eigentlich diejenigen, die an ein Leben nach dem Tod kommen, und das größte Sicherheitsrisiko, weil die das jetzige Leben als völlig wertlos ansehen und auch das Leben von anderen. Das ist nur ein Spielszenario, was nicht wichtig ist. Die können einfach mehr riskieren, wenn sie das wirklich glauben. Und deswegen sehe ich das genau umgedreht. Jemand, der quasi nur ein Leben hat und weiß, dass er stirbt und es vorbei ist und in diesem Leben was erreichen kann oder nicht, der schätzt das Leben wesentlich höher ein als für jemanden, sozusagen, das ist jetzt hier nur die Testarena, um zu sehen, wie ich im Second Life dann auf Level 1 oder Level 2 spiele, also Himmel oder Hölle. Und das hat er nicht richtig durchdacht. Denn der Witz ist ja, dass gerade in Brüssel und Paris haben Leute einen Anschlag gemacht, die geglaubt haben, dass das Leben nicht vorbei ist und es eben nicht aus Daseinsangst gemacht haben, als Torschusspanik, sondern im Auftrag eines höheren Wesens, das, wie in anderen Predigten von anderen Beschäften behauptet, dasselbe Gott ist, den er selbst hat. Die haben versucht, den Highscore direkt zu knacken. Genau. Also aus meiner Sicht wird hier wieder mal deutlich, dass Christen oder Gläubige nicht in der Lage sind oder ihnen von ihren Funktionären eingeredet wird, dass Atheisten genauso denken wie Christen. Was wir ja nun wissen, dass es nicht sehr ist. Hier, Allgermissen sagt zum Beispiel, Im Osterlicht erhält unser Leben Perspektive. Es befreit von der Daseinshektik und der Gier nach Leben, die eine versteckte Lebensangst sind. Der Mensch ohne Ostern lebt unter der gnadenlosen Devise, was du bis zu deinem Tode nicht erreicht hast, das hast du verloren. Was du bis zur Stunde deines Sterbens nicht erjagt hast, das holst du nie mehr ein. Was du hier nicht zu Ende bringst, das verendet. Und aus meiner Sicht wird gerade deutlich, dass die Christen das selber so wahrnehmen und sich deshalb dieses Jenseits zurecht fantasieren, weil sie mit der Vorstellung nicht klarkommen. Was ich jetzt besonders lustig finde, ist allerdings, dass er ja quasi in seiner Argumentation eine Art Leben nach dem Tod oder Bewusstsein nach dem Tod schon unterstellt. Denn ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich ist das so, ich mache mir keine Gedanken darüber, was nach dem Tod kommt, weil ich da dann tot sein werde und mich auch nicht mehr ärgern kann. Während Allermissens Logik, was ich gerade vorgelesen hatte, was er gepredigt hatte, nur funktioniert, wenn du quasi nach deinem Tod noch darüber nachsinnen kannst, was dir jetzt alles entgangen ist, was du nicht erreicht hast, was du dir nicht erjagt hast. Und das ist auch wieder so eine in mehrerer Hinsicht dumme Argumentation unter anderem deshalb, weil er quasi schon das voraussetzt, was er irgendwie belegen will, eine Art Leben nach dem Tod. Und deshalb auch wieder übersieht, dass Atheisten gar nicht so denken oder gar nicht so denken können. Denn der Mensch ohne Ostern weiß im Grunde, so will ich es mal formulieren, dass er sich nach dem Tod auch nicht mehr ärgern oder fürchten kann oder so. Und deswegen fällt, also für mich ist das jedenfalls so, diese ganze Angst, falls man die haben könnte, da ab, weil mir das scheißegal ist, was nach meinem Tod ist. Das wird wieder sein wie vor der Geburt. Und das heißt, ich brauche mir darum, keine Gedanken zu machen, weil das nicht relevant ist sozusagen für mich. Aber ich möchte dem ersten Punkt deiner Kritik eher zustimmen als dem zweiten Punkt. Und zwar, also Christentum ist ein Todeskult. Das heißt, sie hängen dauernd irgendwelche Leichen da an Stöcke und zeigen, wie sie leiden. Und ich glaube, die Christen beschränken die Todesangst und die Daseinsangst mehr als Atheisten, weil die das ja eben halt auch fruktuiert werden. Und das heißt aber auch, dass sie eigentlich nicht so richtig dran glauben und sie dauern, sich jeden Sonntag treffen müssen und sagen, wir müssen das wirklich glauben, weil ich meine, sonst, wenn wir es nicht glauben, das ist ja schrecklich, das kann ja nicht sein. Und dieses Reiterieren, das zeigt einfach eine Glaubensunsicherheit, die man nur sozusagen durch eine Massenanstrengung jedes Mal bekämpfen kann. Also da muss ich die Christen aber jetzt mal kurz in Schutz nehmen. Ja, das macht man. Ist dir das nie aufgefallen? Oder ist euch das nie aufgefallen, dass wenn die ihre Begräbnisrituale feiern, dass sie dann alle unglaublich fröhlich sind? Yay, Frau Müller ist jetzt im Himmel. Da geht es jetzt total toll. Wir freuen uns jetzt alle mit ihr. Die hat es endlich hinter sich. Die hat jetzt endlich den Highscore geknackt. Also daran siehst du, die glauben wirklich daran. Ja, ich glaube, ich war auf den falschen Beerdigungen. Ja, es gibt noch einen Aspekt. Nehmen wir mal an, alle seine Prämissen wären wahr. Und wenn wir nicht an Ostern glauben, fangen wir an, in irgendeiner Art und Weise Babys zu essen und uns in die Luft zu sprengen. Wegen der ganzen Hektik. Na und? Deswegen wird das trotzdem nicht wahr. Das ist nämlich ein Argument von den Konsequenzen. Da hatte ich auch noch eine schöne Passage hier. Er argumentiert vom Ende her. Er sagt, ahnen Sie, liebe Schwestern und Brüder, im Glauben, was Nietzsches Feststellung, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt, bedeutet. Also, was wäre ohne Ostern, ohne die Auferstehung des Gekreuzigten, ohne dessen Sieg über die Macht des Todes? Der Apostel Paulus gibt eine ebenso präzise wie prägnante Antwort. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, unser Glaube sinnlos. Ich will hinzufügen, ohne Glauben an die Osterbotschaft müssten wir im Hauch der Mächte des Todes ersticken. Also, das ist so alt und lahm, aber es wird immer wieder, es funktioniert wahrscheinlich, das ist der Grund, warum es gemacht wird. Man malt plastisch aus, wie schlimm alles wäre, ohne den Osterglauben, damit die Leute dann weiseweise die Konsequenz nicht mögen, die bei der Denke rauskäme, dann sagen, oh nee, dann muss ja irgendwie Ostern wahr sein, denn mir gefällt die Konsequenz nicht, die ohne Ostern rauskommt. Was so schon schlecht genug war, aber die Konsequenz, die er ausmalt, ohne Ostern, sind ja gar nicht so. Ich habe mal einen schönen Spruch, den müssten wir eigentlich auch hier bei uns mal als schlauen Spruch bringen, wenn ich den nochmal irgendwo finde. Da hat ein Atheist gesagt, ja, ich bringe tatsächlich so viele Leute um, wie ich will. Ich will nur gar keine Leute umbringen. Und das macht ganz schön deutlich, finde ich, dass man, das ist mir selber auch aufgefallen, als ich, ich bin ja irgendwie so als Teenager durch eigenes Nachdenken vom Glauben abgefallen. Und da habe ich mich anfangs auch gewundert, dass ich jetzt gar nicht das Bedürfnis verspürte, irgendwie so raumborden und vergewaltigend durch die Gegend, durch Paderborn zu, zu, was sagt man da? Ja, marodieren, so eine Schneise durch Paderborn, der Vernichtung durch Paderborn zu schlagen. Und das fand ich anfangs sehr interessant. Aber ich finde, man sollte mal einen konstruktiven Vorschlag machen. Deswegen sollten Atheisten, wenn für Atheisten das Tempolimit abgeschafft werden und Christen nur noch auf der rechten Spur langsam Schrittgeschwindigkeit fahren. Ja, weil wir haben ja Daseinsangst, wir haben es eilig, wir müssen noch schnell was erleben. Und die anderen, ja, die haben es ja nach Vorsicht. Wir sollen uns Platz machen, oder? Aber komischerweise gab es auch in der Sowjetunion im atheistischen Superstaat, der uns da immer als Vorbild vorgewählt, gab es da Tempolimits. Also irgendwie, ich verstehe es alles nicht. Meinst du, das ist nicht so richtig stimmig, was Al-Germissen da gepredigt hat? Ich glaube, da ist irgendein Fehler drin. Vielleicht kann ja mal hier, dieser Gottesbeweiser, der hat doch so eine Software, mit der da Fehler in logischen Schlüssen, wahrscheinlich kriegt er den Computer Meltdown, wenn er da diese Predigt eingibt. Kommen wir ja gleich vielleicht noch zu bei dem Gürtelbeweis. Ja, haben wir sonst noch was bei Al-Germissen zu kommentieren? Ja, vielleicht noch die Tatsache, dass der in dieser wahnwitzigen Sleepy-Slope-Argumentation dann natürlich auch gleich den Bogen zu der katholischen Morallehre schließt und sofort darauf hinweist, dass Gentechnik zwangsläufig zu Selektionen und allen möglichen Nazi-Kramen und dergleichen führt. Also nicht nur, dass du dann die Osterbotschaft glauben musst, und zwar die katholische, zwangsläufig führt dann auch das dazu, dass die ganze Morallehre da im Prinzip geglaubt werden muss. Und dafür bringt er halt dieses Beispiel, dass da in England jetzt irgendwelche Genversuche an menschlichen Zellen gemacht werden. Der hat geschrieben, dass er gesagt hat, dass eines Tages dazu führen wird, dass ein Mensch einen anderen Mensch schaffen wird. Und da habe ich gedacht, verdammt, das habe ich schon zweimal gemacht. Ah, dann macht sich der Zölibat wieder negativ bemerkbar. Hier, ich hatte mir auch eine Passage dazu rausgeschrieben, die ich einfach unredlich finde. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er erkennt, wie dämlich das ist, was er sagt. Also hier, vorgebotliche Diagnostik. Diese Frage stellt sich heute in aller Schärfe. Wohin geht der Mensch, der sich von Gott verabschiedet hat? Geht er zum Teufel? Wo landet eine Gesellschaft, die sich immer mehr von Werten und Grundsätzen trennt, die das christlich-jüdische Welt- und Menschenbild ihr geschenkt hat? Geht sie vor die Hunde? Es geht um die Tendenz einer Gesellschaft, die sich anschickt. Also jetzt hat er so verschiedene Beispiele, schreckliche Beispiele aufgeführt. Und dann sagt er weiter. Es geht um die Tendenz einer Gesellschaft, die sich anschickt, nicht nur nach den Schwächen eines Menschen zu fahnden, sondern nach den Schwachen, um sie auszusondieren. Die Auswahl zwischen Wertvollen und Unwerten ist weit unter der Würde des Menschen, indes Gott allein garantiert die Würde der Schwachen ohne jedwede Bedingung. Und was ich ihm hier übernehme, ist, dass er das, was tatsächlich gemacht wird, unter so falsch framed, würde man auf Englisch sagen, also er beleuchtet das aus einer Perspektive, die es nicht richtig bringt. Er konstruiert einen Strohmann. Denn niemand, also es ist mir wirklich nichts bekannt, sagt doch, schwache Menschen müssen, weil sie schwach sind, aussortiert oder alternisiert werden oder so. Sondern was er so wahrnimmt, ist, dass man Leid mindern will. Und da kommen einem zwei Sachen in den Sinn am Lebensende. Wenn jemand selber der Auffassung ist, dass er leidet und nur noch Leid zu erwarten hat, dass er ihm erlaubt wird, sein Leben selbstbestimmt zu beenden. Das ist dann aber eben, dann sind die vielleicht schwach, aber es geht um das Leid. Es geht um Leid, das minimiert werden soll, weil der christliche Gott sich an nirgends blicken lässt, um das zu tun. Und das andere ist eben vorgeburtliche Diagnostik. Es geht nicht darum, Schwache auszusortieren, sondern es geht aus unserer Sicht, zumindest aus Sicht der Leute, die das machen, darum zu verhindern, dass die Schwachen überhaupt erst leiden müssen. Es geht wieder nicht um Schwäche. Also du würdest jetzt nicht erwarten und nicht sagen, oh, mein Kind, wie, das hat keiner Arnold Schwarzenärger gehindert, also schwach im körperlichen Sinne. Jetzt will ich das abtreiben. Sondern es geht darum, Leid zu vermeiden. Und ich fände das furchtbar, wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte ein Kind in die Welt gebracht, das jetzt überwiegend Leid zu erwarten hat. Also es geht nicht um Schwäche, sondern es geht um Leid. Es ist oft so, dass Leid mit einer gewissen Schwäche oder Unvermögen einhergeht. Aber der Punkt ist, Leid vermeiden. Und zwar nicht von Leuten, die dann irgendwie in die Gaskammer geschickt werden, sondern das Leid an sich. Und wenn jemand nicht geboren wird, dann, oder sagen wir mal, vorgeburtliche Diagnostik, weil das kannst du ja, glaube ich, sogar schon bei den Genen, wenn wir jetzt mal nicht von Abtreibung reden, sondern noch vorher, wenn du da, was ist, Samen und eine Eizelle hast, wenn du da die Gene überprüfst. Da wäre ja noch gar kein Embryo oder was. Das wäre noch weniger als Abtreibung. Und darauf läuft es doch hinaus. Das heißt, er stellt es hier, ich will nicht sagen bewusst, aber gezielt verdreht er das, worum es eigentlich geht, um es wieder so, um die Leute zu ängstigen. Also er, die ganze Predigt zeichnet sich wirklich dadurch aus, dass er die Leute ängstigt, mit angstmachenden Vogelscheuchen, Vogelscheuchen, so Strohmännern quasi, die eigentlich, für die gar kein Grund besteht, sondern ihm geht es nur darum, die Leute durch Angst praktisch am, seinem lächerlichen Osterglauben, festhalten zu lassen. Ja. Ja, kann ich auch nichts, kann ich nichts hinzufügen. Das stimmt. Gut, dann sind wir fertig mit unserer umfassenden, allgemeinsten Kritik. Ach so, ja, nein, noch nicht. Rein zufällig, ist genau an dem Ostern, hat sich wohl ein Priester in Allgermissens Diözese sehr stark betrunken mit Jugendlichen und dann gab es Vorwürfe, offensichtlich des sexuellen Missbrauchs. So hat es die Staatsanwaltschaft formuliert. Das Bistum hat geschrieben, es gäbe Vorwürfe des Verstoßes gegen die Präventionsordnung. Also Allgermissens hat momentan wieder eine Thematik an der Wacke. Es gibt Missbrauchsvorwürfe. Fakt ist wohl, dass sich ein Priester mit Jugendlichen die Kante gegeben hat. Also ob die Jugendlichen jetzt auch besoffen waren, das weiß ich nicht. Aber da stehen wohl Vorwürfe im Raum und sein Bistum zeichnet sich durch eine extrem dezente Umschreibung der Vorwürfe aus. Und ich hatte gestern noch einen Blogartikel gesehen, wo Allgermissens kritisiert wurde, dass also in dem Moment, wo es im Kern um einen Missbrauchsvorwurf geht. Also ich glaube, niemand hätte sich darauf aufgerichtet, dass der Priester sich besoffen hat. Würde man vielleicht sagen, gut, wundert man sich jetzt etwas, aber das nimmt man eben so hin, das sollte sich hin und wieder mal die Kante geben. Und Allgermissens dann, obwohl dieser Missbrauchsvorwurf im Raum steht, dann besonders bedauert oder nur bedauert, dass der Priester sich betrunken hat und vor ein paar Jahren war der schon mal fast nachts. Prinz, das fand Allgermissens auch nicht so gut. Und das ist eine schlechte Kommunikation, will ich mal so auch sehr wohlwollend ausdrücken, wenn du im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen deinen Eindruck erwächst, als wäre deine große Sorge, dass der Priester sich einmal die Kante gegeben hat und einmal fast nachts Prinz war. Das sind wieder so die typisch katholischen Prioritäten. Aber ich hatte ja gerade bei dem Versuch, Allgermissen zu imitieren, ein Video von ihm gesehen. Das war Bistums-PR. Also das war jetzt nicht, dass ein Reporter ihm aufgelauert hatte und ihn da überrascht hatte, sondern das war was, was er einstudieren konnte. Und das war schon so uncharismatisch. Er scheint da jetzt nicht so der begnadete Kommunikator zu sein. Deswegen ist er ja vielleicht auch nicht da, der Chef von der Neuevangelisierung, sondern haben sie damals von RZS genommen, einen Mann, dessen mediale Reichweite ja unter Beweis steht. Hallo? Ja? Hey, ich kriege Angst, wenn ich hier alleine in Paderborn ketze und dann höre ich keine Stimmen mehr. Also jetzt über Skype, jetzt nicht so in meinem Kopf. Ja, davon hat er jetzt in der Osterpredigt natürlich nichts erwähnt, oder? Wovon? Den Missbrauch. Ja, das wusste er ja noch nicht, also seine Predigt vorbereitet. Er war wahrscheinlich nicht eingeladen zu dem Besäufnis und deshalb konnte er das nicht an. Und Gott hat es ihm auch nicht eingegeben, als er seine Predigt geschrieben hat. Gut, dann beschließe ich damit das allgemein Thema. Und ja, wir haben ja immer so ein bisschen Ketzerrückblick und Ketzerbeichte. Also, ich hatte irgendwann mal gesagt, wir hatten ja zweimal über die Zeugen Jehovas gesprochen, die Zeugen Jehovas müssten die Literatur, die sie verteilen, selber bezahlen. Und der Grund war, dass ich mich ja einmal mit Zeugen unterhalten hatte. Die hatten bei meinem Kumpel geklingelt und der hatte ja, habe ich schon mal erzählt, der hatte dann gesagt, also eigentlich interessiere ich mich nicht für das, was sie wollen, aber ich kenne einen, den interessiert das bestimmt. Also, wenn sie nochmal wiederkommen, dann können sie mit ihm sprechen und dann war ich das natürlich und dann haben wir uns mit denen unterhalten. Und die hatten mir gesagt, dass sie, oder da hatte ich das irgendwie her, dass die selber den Kram bezahlen müssen, den sie da verteilen. Und dann schrieb uns jemand, der ist jetzt kein Zeuge, aber der wies darauf hin, Hallo Ketzer Podcast. Walter Schöning, vielen Dank für den Hinweis. Hallo Ketzer Podcast. Da muss ich ein bisschen korrigieren, bevor ihr wieder von den Zeugen Jehovas den Shitstorm bekommt. Alle Publikationen, Wachtturm, Erwachte und so weiter sind kostenlos, auch für Zeugen Jehovas. Sie kaufen, in Anführungszeichen, diese nicht. Wollte ich nur erwähnen, bevor wieder Frank K. was zu nörgeln hat. Also, ich gebe das mal so weiter. Ich habe dann nochmal kurz gegoogelt und es scheint tatsächlich so zu sein, dass zumindest in Deutschland und in vielen Ländern die Zeugen Jehovas nicht für das Material bezahlen müssen. Letztlich wird das natürlich schon von den Zeugen Jehovas finanziert, weil das drückt sich ja nicht von selber. Es wird aber, glaube ich, auch von Zeugen Jehovas produziert, deswegen ist es dann wohl nicht so teuer. Also, die Zeugen müssen nicht für das Zeug bezahlen, was sie verteilen. Wäre vielleicht sonst auch ein bisschen kontraproduktiv. Da hätte es ja ein Incentive, möglichst wenig zu verteilen. Und man muss natürlich auch hier wieder sagen, also ich hatte da Kritik gelesen, ja, Zeugen Jehovas bauen Druck auf zum Spenden und so weiter. Also, da dachte ich bei mir nur, dass religiöse Werke ihre Mitarbeiter zum Spenden motivieren, das ist ja jetzt nichts, was man jetzt speziell den Zeugen Jehovas vorwerfen muss. Und was man den Zeugen zumindest zugutehalten muss, ist, dass sie keine Kirchensteuer haben. Wie gesagt, wir wollen ja nicht nur lästern. Ich bin dafür, dass man auch mal fair ist. Das sehe ich zwar nicht hier als meine Hauptaufgabe, aber die Zeugen haben jetzt keine Kirchensteuer. Und das ist ein Pluspunkt, den man ihnen ruhig mal zuerkennen darf. Also, ich meine, sie haben auch andere Pluspunkte zum Beispiel, dass sie pazifistisch sind und sie wurden ja auch unter Hitler wurden sie ja auch verfolgt. Auf der anderen Seite, Zeugen Jehovas ist eine Sekte, die ihr ausgetreten extrem unter Druck setzt, die versucht, die Information fernzuhalten, die Mitglieder, die eine extreme Gehirnwäsche macht bei ihren Hineingeborenen. Und dann war das nicht die mit der Bluttransfusion, die die Leute verrecken lässt? Ja, natürlich. Das ist das, was man den Zeugen Jehovas auf alle Fälle vorwerfen muss. Und das machen wir auch hiermit. Also ja, und wir müssen jetzt vorher noch reinschneiden, Zeugen Jehovas, Spoiler Alert, ihr müsst jetzt abschalten und mit einem erfahrenen Bruder darüber sprechen. Das hatten wir ja beim letzten Mal gelernt, Zeugen Jehovas Internet-Tipps und Christian hatte auch darunter nochmal darauf hingewiesen. Also, jetzt wegschalten als Zeugen und mit einem erfahrenen Bruder. Ich muss umgekehrt sagen, erst muss ich sagen, ihr müsst mit einem erfahrenen Bruder darüber sprechen und dann erst das mit dem wegschalten, sonst kriegen sie das ja nicht mehr mit, also mit dem Bruder sprechen müssen. Dann noch Ketzerbeichte, hatte ich jetzt hier nicht im Skript, aber wir hatten ja letztes Mal überraschend das Thema Schweinefleischpflicht aufgebracht und Nico, ich hoffe, du nimmst mir erst mich übel, du hattest ja argumentiert, dass eine politische Forderung auf Schweinefleischpflicht nicht zwangsläufig mit Religion in Verbindung sein müsste. Streng genommen war ich mir nicht sicher. Also die Schuld liegt jedenfalls bei Sascha Lobo, das muss man ganz klar sagen, also Nico ist hier quasi nur Mittelsmann der Verwirrung und wir hatten das, wir waren da durch Zufall drauf gekommen, hatten das vorher jetzt nicht recherchiert und nachher habe ich dann gesehen, dass dieser Antrag aber doch, der bestand nur aus zwei Paragraphen, einmal stand drin, ja, die Regierung soll ich da irgendwie für Schweinefleisch einsetzen und das Zweite war dann tatsächlich so ein religiöser Bezug, dass, also da stand irgendwas religiöses drin, wenn ihr nach Sascha Lobos Spiegelartikel googelt, der verlinkt auf diesen Antrag, es war also jetzt keine Argumentation irgendwie zugunsten von Schweinezüchtern oder Schweineindustrie, sondern das war schon klar ein religiöser Aspekt und ich hätte es jetzt sonst auch nicht weiter aufgebracht, es tat mir leid, dass wir jetzt quasi zur Verwirrung gesorgt haben unserer Hörer, weil wir damals quasi das so rüberkamen, meine ich, als hätte das jetzt nicht religiöse Argumente gehabt für diese Schweinefleisch Forderung und ja, damit können wir uns ja dann selber die Absolution erteilen und dann haben wir den Ketzer Rückblick ohne Schuldzuweisung, ah ja, wir hatten ja nach atheistischen Podcasts gesucht oder was da ja auf Deutsch sind ja sozusagen außer Konkurrenz derzeit oder Podcasts, die Atheisten interessieren und da kamen dann noch weitere Hinweise und zwar ein Podcast heißt wohl Troja Alert oder Troja Alert ne, der müsste ja Troja Alert heißen, also der heißt Troja Alert der Erzählpodcast um Sagen und Mythen und ja, erstaunlicherweise finden sich unter diesem Sagen und Mythen wohl auch zahlreiche Abhandlungen zu Geschichten im Alten Testament, also der Troja Alert Erzählpodcast um Sagen und Mythen und dann hat noch einer auf zwei Podcasts hingewiesen, die klangen sehr gut, der eine soll wohl heißen Weg zur Hölle und der andere die richtig echte Wahrheit, die hat nur den Nachteil, dass ich die nicht gefunden habe, wenn es die tatsächlich gibt oder der Hörer nochmal mit Link darauf hinweisen will, die, wie gesagt, vom Namen her fand ich die gut, aber ich habe nichts entfernt gefunden, weder bei iTunes noch im Web. Ich habe eine Internetseite gefunden, von denen die richtig echte Wahrheit, wo das wohl so war, aber mein Browser konnte die nicht öffnen, also der hat sofort gemeckert, dass da irgendwelche Sicherheitseinstellungen nicht korrekt sind. Naja, also wir geben das hiermit weiter, vielleicht kann uns ja noch darauf hinweisen, was gemeint war oder wo das zu finden ist, aber bis dahin gilt weiterhin, wir sind der absolute Nischen-Podcast, wir sind bitte selber einen Podcast anfangen und besser machen. Was ja nicht schwer sein sollte, denn wir sind ja berüchtigt für unser Niveau. Und zweitens werden wir auch noch Werbung machen dafür. Ja, genau. Gut, also was fehlt, sind quasi die atheistischen Superhelden des Podcasts. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2 0 Gottlose Gedanken zum Leben.